Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsguide für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag, als würde es fliegen. Mit diesem Auftrag müsst ihr bei Nacht an den rosa Strand. Ich habe es hier auf Level 2 gemacht. Mit diesem Auftrag müsst ihr in den letzten Abschnitt, beziehungsweise an den zweiten großen Strand. Beobachtet hier die drei Phineon auf der rechten Seite. Wenn eines der drei sich dreht, müsst ihr es mit einem Luminarball bewerfen. Ihr könnt auch stattdessen das drehende Phineon mit einem Apfel bewerfen. Das würde auch funktionieren. Während es in der Luft ist, müsst ihr es fotografieren und das Foto beim Professor abgeben, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe ich konnte euch helfen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschöne.